Hallo Leute, Willkommen in diesem neuen Video. Heute gibt es für euch die 10er Troeno Nummer 5. Wir haben hier 5 Troenos drin enthalten. Die sind in der Kategorie P1 eingestuft und ihr könnt die bei Actifire kaufen. Wir haben 2g Nen pro Stück. Die schauen so aus. Also wirklich der blanke Wahnsinn. Mir gefällt das Design einfach so unfassbar gut. Typisches 10er Design eben. Diese Zündschnur richtig lang und sauber. Wirklich Qualität. 2g Nen pro Stück in der Kategorie P1 zugelassen. Ich würde sagen, ohne großes Gerede, es geht direkt los. Wir zünden mal zwei oder drei Stück. Und wir sehen uns draußen Leute. Haut rein. So Freunde, erste Location, 10er Troeno. Junge, also die schauen so heftig aus. So noch mal kurz so schauen die aus, die Teile. Das Design ist einfach herrlich. 2g Leute, aber das klingt wenig, aber die haben was drauf. Glaubt mir, ab geht's. Also der Schall, der zieht da irgendwo hin. Das hat da 10 Sekunden Nachgehalt. Richtig heftig. Schaut mal hier die Schnipps an. Von dem einen Stück. Wahnsinn. Also da bleibt nicht viel übrig. Und diese Location hier ist einfach geil. Gut Leute, dann geht es jetzt weiter. An der zweiten Location ein Stück machen wir noch von denen. Die restlichen drei werde ich mehr aufheben. So, zweite Location. 10er Troeno Nummer 5. Auf geht's. Okay. Also hier, dieses Symbol. Das zeigt eigentlich, dass es hier ist. Also hier, dieses Symbol, das ist schon alles. Die sind absolut heftig. Wir sehen uns noch mal zu einem kurzen Fazit dann. So Freunde, wie versprochen, kommen wir jetzt kurz noch mal zum Fazit für die 10er Troeno Nummer 5. Klar, die Teile sind nicht günstig. Aber wer auf Qualität steht, auf Tonerde und gipsfreie Schallerzeuger und wer auf Spanish Cracker steht und auf einen tollen Knall, der ist mit den 10er Troeno absolut gut bedient, glaube ich. Und so sauber und leicht. Glaubt mir Leute, 2 Gramm hört sich nicht viel an. Aber die Teile scheppern, was das Zeug hält. Richtig, richtig heftig. In einem meiner letzten Videos habe ich auch die 10er Mammut vorgestellt. Die gibt es auch bei Actifire zu kaufen. Genauso wie die 10er Troeno Nummer 5. Schaut da unbedingt vorbei bei dem Video. Es sind auch tolle Teile. Ich will aber noch nicht zu viel verraten. Und lasst ein Like und ein Abo da, um etwa auch die Teile bald zu sehen. Außerdem gibt es auf meinem Kanal schon diverse Buffalo P1 Videos online. Schaut euch die auch mal an. Und dann bedanke ich mich mal fürs Einschalten Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.